Musik Bravo Siegling präsentiert auf der IBA 2012 Transport- und Prozessbänder, die den speziellen Anforderungen der teigverarbeitenden Industrie erfüllen. Alle ausgestellten Bänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung für den Transport von unverpackten Lebensmitteln. Das heißt, alle Bänder sind FDA, EU 1935, 2004 und 102011 konform. In der Produktreihe Kunststoffmodulbänder haben wir mit unserer Serie 4.1, eine Serie im Halbzollbereich, eine neue Struktur entwickelt, eine sogenannte Negativpyramidenstruktur, die Anhaftungen und Anbackungen speziell von sehr klebrigen Teigen verhindert. Mit Serie 10 haben wir eine neue Kette im Einzollbereich. Das heißt, diese Kette ist speziell für die Lebensmittelindustrie getrimmt worden. So ist sie zum Beispiel sehr gut reinigbar. Auch mit unseren Transilon-Gewebebändern unterstützen wir aktiv das Hygienekonzept der Kunden aus der Bäckereiindustrie. Somit sind inzwischen viele Transportbänder mit sogenannten fluselfreien Geweben ausgestattet, die beim seitlichen Anlaufen des Bandes ein Austranseln der Bandkante verhindern. Mit Forbo-Siegling-Produkten sind die Kunden der Bäckereiindustrie bezüglich Prozesssicherheit und Hygiene auf der sicheren Seite.